Ist es nicht verrückt, wie sehr wir in unserem eigenen Leben gefangen sind? Wir nehmen die Dinge um uns herum oft nicht richtig wahr und sehen vieles als selbstverständlich an. Wir realisieren nicht, dass sich unsere ganze Welt verändern kann. In einem Augenblick. Hey, alles in Ordnung! Mom! Meine Frau, sie war gerade noch hier. Die Berichte aus dem ganzen Land und der ganzen Welt, Hongkong, England, Russland, sind nahezu identisch. Wir können nicht in der Stadt bleiben. Sollte es einer von uns nicht schaffen, müsst ihr weitergehen. Es wird alles wieder gut. Es fühlt sich an, als wäre die Highschool vor 100 Jahren gewesen. Wir haben die Ruhe in der Welt wiederhergestellt. Unter einer Regierung, einer Währung, einem Glauben. Er macht mir Angst. Mir auch, Claire. Schätze, wir hatten Glück. Vielleicht war es nicht nur Glück. Vielleicht war es mehr als das. Was ist mit den Waffen? Zur Sicherheit. Es ist besser, nicht zu viel zu fragen. Was ist denn? Das ist mein Dad. Ich sagte, rein da! Wenn jemand rausfindet, was wir getan haben, wird das schlimm für uns elf... Niemand wird etwas erfahren, weil wir sie finden werden. Wir müssen los. Folg mir. Stopp! Nimm meine Hand! Es ist eine dunkle Zeit. Jeder fragt sich, warum bin ich noch hier? Wenn wir zusammenbleiben, finden wir es heraus. Es ist ehrlich gesagt, ich bin ein Problem. Vielen Dank.